Musik Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau. Christliche Flüchtlinge sind in Deutschland nicht sicher vor Drangsalierung, Gewalt und Morddrohungen. Dies ist das Ergebnis einer Erhebung, die das überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doors durchgeführt und am 9. Mai veröffentlicht hat. 231 christliche Flüchtlinge haben an der Befragung teilgenommen. Das katholische Hilfswerk Kirche in Not trägt das Anliegen von Open Doors mit, Christen und andere religiöse Minderheiten in deutschen Flüchtlingsunterkünften vor Anfeindungen jeglicher Art zu schützen. Allerdings hat Kirche in Not zu keinem Zeitpunkt an der Erhebung von Open Doors mitgearbeitet, wie vereinzelt gemeldet wurde. Verantwortlich für die Befragung ist der Geschäftsführer von Open Doors Deutschland, Markus Rohde. Mit ihm möchte ich mich nun über die Ergebnisse der Erhebung und ihr Medienecho unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Rohde. Dankeschön. Das Fazit der deutschlandweiten Erhebung von Open Doors über religiös motivierte Übergriffe gegen christliche Flüchtlinge in Deutschland war alarmierend. Ja, es gibt Diskriminierung, Schikanen, Gewalt und Morddrohungen gegen christliche Flüchtlinge in Deutschland. Die Aggression geht überwiegend von muslimischen Flüchtlingen und muslimischen Wachleuten aus. Sie richtet sich vor allem gegen solche Flüchtlinge, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind oder konvertieren wollen. Zunächst fand die Befragung bei den Medien enormes Interesse. Der Deutschlandfunk berichtete ebenso wie die Tageszeitung Die Welt oder Spiegel Online. Selbst in der Tagesschau war Markus Rohde als Gesprächspartner zugeschaltet. Vehemente Kritik meldete sich aber knapp zwei Wochen nach der Präsentation von Seiten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Am 22. Mai zerpflückten die Redakteure Reinhard Bingener und Friederike Böge die Erhebung und fehlten ein vernichtendes Urteil. Ihren ganzseitigen Bericht auf Seite 4 kündigten sie auf Seite 1 unter der Überschrift an Unseriöse Studie, Zweifel an Christenverfolgung in Flüchtlingsheimen. In der Online-Fassung findet sich am 22. Mai auf www.faz.net folgender Vorwurf. Open Doors hatte von flächendeckenden Fällen von Gewalt und Trangsalierung gegenüber Christen in den Unterkünften berichtet. Nun bestätigte die Organisation auf Anfrage der FAS, dass fast zwei Drittel der in der Erhebung aufgeführten mutmaßlichen Opfer aus einer einzigen Gemeinde in Berlin stammten. In der Publikation heißt es aber, die Erhebung fand deutschlandweit statt. Herr Rohde, was ist nun richtig? Fand die Erhebung deutschlandweit statt oder hat sie eher eine lokale Basis? Sie fand in der Tat deutschlandweit statt. Das heißt, wir haben ja in ganz Deutschland Asylunterkünfte. Und wir haben auch in ganz Deutschland Menschen, die sich ehrenamtlich aktiv für Flüchtlinge eingesetzt haben. Das heißt, wir haben erst mal das so gemacht, dass wir über unsere Netzwerke und auch die Netzwerke der Evangelischen Allianz, die ja auch weit gefächert in Deutschland ist, dieses Anliegen weitergegeben. Bitte meldet uns Vorfälle, die dort geschehen, in euren Flüchtlingsunterkünften, wo ihr aktiv seid. Und insofern haben wir eine bundesweite Erhebung gemacht. Natürlich, und das haben wir auch in der Erhebung selbst geschrieben, ist über die Hälfte der Rückmeldungen aus Berlin gekommen. Das heißt, nicht nur aus einer Gemeinde, so wie das gesagt wird, sondern aus verschiedenen Flüchtlingsunterkünften in Berlin, Brandenburg. Und der Hintergrund ist relativ einfach. Es gibt dort einen Pfarrer, der sehr aktiv unter Flüchtlingen arbeitet, der Hunderte von Konvertiten in seiner Gemeinde hat ihnen Schutz gewährt. Und deshalb gab es dort eine besondere Vertrauensbasis, ein besonderes Vertrauensverhältnis. Und das hat dazu geführt, dass besonders viele Flüchtlinge sich getraut haben, überhaupt ihre Situation zu schildern in diesem Schutzraum, der ihnen gewährt wurde. Die Redakteure Reinhard Bingener und Friederike Böge halten die Erhebung von Open Doors nicht nur deshalb für unseriös, weil sie überwiegend in einer einzigen Stadt oder einer einzigen Gemeinde durchgeführt wurde. Sie halten den Autoren der Erhebung ferner vor, auch konfessionell eingleisig zu fahren. In der Printausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 22. Mai ist auf Seite 4 zu lesen, Trotz mehrfacher Nachfrage ist die Organisation nicht in der Lage, auch nur einen Pfarrer aus dem Bereich der großen Landeskirchen zu benennen, der an einem Fragebogen mitgewirkt hat. Stimmt das, Herr Rohde? Bezieht Ihre Studie andere Konfessionen nicht ein? Also natürlich haben wir ja bundesweit befragt und als überkonfessionelles Werk sind wir natürlich mit allen möglichen Konfessionen auf Basis des christlichen Glaubens verbunden. Aber wenn man jetzt die Frage des FAS-Redakteurs nimmt, er wollte innerhalb von drei Tagen Namen haben, die bereit sind, Flüchtlinge zu präsentieren. Dann wird es auch hier in der Richtung derefraktion, in der Richtung des Kessels getroffen. Vielen Dank.